Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games. Mit dabei ist hier der Suriax. Oh Gott, ich hab mich grad voll erschrocken. Es ist doch nicht normal. Alter, hey, das soll mich jetzt in Ruhe lassen. Dreckiger Tag hinter Huam-Sohn, es gibt's doch nichts. Zusammen gewinnen wir diesen Kampf. Nein! Wenn du das Video likest, bekommst du einen Keks. Und, da sind wir auch schon wieder. Ähm, da ist einer. Nein! Dem bin ich töten. Ja! Alter, und den töte ich gleich auch. Ich hab Angst, ich hab Angst. Geht's auf, ich will nicht. Nein! Leute, ich hoffe, es passt so, wenn ich irgendwie nie eine Runde gewinne. Auf jeden Fall, da ist einer. Ja, den könnten wir bekommen. All den haben wir getenhardt. In 40 Sekunden beginnt das Deadmatch. Ich hab nicht mal eine Eisenbrust oder so. Aber ich könnte den töten. Und, bekomm ich den, bekomm ich den. Nein! Nein! Scheiße! Nein! Mann! Wir sind wieder da. Und, am besten würde ich mal sagen, treffen wir uns. Nein, ich bin gerade den Teams verboten. Reingejoint. Alles klar. Wieso bekomme ich so einen minderwertigen Loot aus den Kisten? Ich seh dich. Alter, nein! Beruhig dich! Alter. Hey, da ist einer. Vielleicht bekomm ich den, ja. Vielleicht. Nein! 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 Ich bin gerade in's.